Natürliche und hohe Remedies für Knochenkrebs Knochenkrebs als seltene Krebserkrankung, die ersten Formen in den Knochen. Der Zustand kann in jedem Knochen in ihrem Körper beginnen, aber es am meisten betrifft oft die langen Röhrenknochen der Arme und Beine. Es beinhaltet nicht Krebs, die an anderer Stelle in ihrem Körper beginnt und breitet sich dann bis auf die Knochen, sondern nur das, was in den Knochen beginnt. Häufige Symptome sind Knochenschmerzen, Schwellungen oder Zärtlichkeit, gebrochene Knochen. Müdigkeit und ungewollter Gewichtsverlust Beste natürliche Behandlungsmöglichkeiten für Knochenkrebs Mehrere medizinische Fachleute mit Vitaminen und Nährstoffen empfiehlt die Behandlung von Knochenkrebs wie Calcium, Strontium, Magnesium und Omega-3 sowie mit Akupunktur und Massage mit Symptomen fertig zu werden. Calcium Calcium ist ein wirksames Nahrungsergänzungsmittel zur Prävention und Behandlung von Knochenverschlechterung. Kalziumpräparate sind Teil einer ausgewogenen Ernährung, die auch das Risiko für bestimmte Krebsarten zu reduzieren. Strontium Strontium ist eine der wichtigsten Nährstoffe zusätzlich zu Calcium zu nehmen. Dieser Nährstoff hilft ihrem Körper Calcium in die nützlichste Form zu Hilfe bei der Erhaltung gesunder Knochen umwandeln. Sie können auch Strontium in einer Kapselform nehmen. Magnesium Magnesium ist eine weitere Option, die ihr Körper Calcium besser zu nutzen hilft und fördert die Gesundheit der Knochen. Sie können oft diese Behandlung in einer individuellen Ergänzung finden oder in Verbindung mit Calcium. Omega-3 Omega-3 hilft zu verhindern, Verschlechterung der Knochen, die für Knochenkrebs als eine wichtige Behandlungsoption dient. Sie können Omega-3-Ergänzungen wie Fischöl zu finden, oder einfach nur versuchen, mehr Omega-3-Fette in der Ernährung über gesunde Öl- und Nahrungsquellen integrieren. Heilmittel für Knochenkrebs Apfelessig Essig Grapefruit-Kern-Extrakt Grüner Tee Ketogene Diät Natürliche Heilmittel für Knochenkrebs Grüner Tee Grüner Tee ist vor allem für seine Antikrebs-Eigenschaften bekannt. Zwei Tassen grüner Tee regelmäßig Basis hilft viel bei der Heilung der Knochenkrebs. Es ist die wichtigste Quelle für das Antioxidans, das von unserem Körper zu kämpfen gegen unerwünschte Zellen erforderlich ist. Verbrauchen die Früchte und Gemüse, die reich an Vitamin A wie dunkelgrün sind, gelb oder orange Obst und Gemüse. Vitamin A ist sehr wichtig, Knochenkrebs zu bekämpfen. Bewegung und Yoga auf regelmäßiger Basis durchgeführt werden müssen, wird dies in die Blutzirkulation helfen und hilft auch bei der Bekämpfung von gegen viele Krankheiten, darunter Krebs. Die Patienten Knochenkrebs kann in ihrer täglichen Routine das Milde-Yoga tun. Schwitzen hilft im Körper der akkumulierten Giftstoffe in der Reinigung. Einige Detoxine und Pestizide können nur durch die Schweißdrüsen entfernt werden. Also für diesen Zweck viel Kleidung tragen, die sie ausüben können, nehmen regelmäßig Saunabat, haben warmen Tee in einem heißen Raum, essen gern Pfeffer. All diese Möglichkeiten wird dazu beitragen, den Körper zu schwitzen und hilft, die Giftstoffe zu entfernen, die eine gute Heilung für die Knochenkrebs ist. Aloe-Fra es enthält die Verbindung als Aloe-Ride genannt, die Antikrebs-Eigenschaften. So hat der Krebspatient die Aloe-Fra regelmäßig zu konsumieren. Da es sich um die natürliche Weise, so dass es keine Nebenwirkungen hat. Sonnenanstrahlung Die UV-B-Strahlen hilft das Vitamin D unter der Haut zu produzieren, die bei der Verringerung der Zellvermehrung bei Knochenkrebs hilft. So hat der Patient täglich die großzügige Menge der Sonnenanstrahlung zu gewährleisten. Die frühen Morgensonnenstrahlen sind sehr gut für den Körper und auch für die Haut. Diät Die Diät für den Patienten Knochenkrebs hat sein ganz besonderes und reich an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Die Ernährung sollte haben die Früchte, Gemüse, grüne Salat und Milchprodukte. Die Milchdestel ist reich an Antioxidantien, die eine gute Heilung für die Knochenkrebs ist. Der Krebspatient sollte auch eine Menge von destilliertem Wasser, um eine gute Stuhlgang zu haben verbrauchen. Kräuter Es gibt viele pflanzliche Heilmittel für die Heilung von Knochenkrebs. Diese Kräuter sind Bublarum, Astralagus, Maitek und Psoralea. Alle diese Kräuter sind natürlich und können leicht verzehrt werden. Die anderen Kräuter wie Kurkuma und Ingwer kann auch in der täglichen Routine genommen werden. Der Kräutertee ist auch gut bei Knochenkrebs. Massage Die Massage und Ackerdruck kann auch in der Knochenkrebs helfen. Die Massage hat mit leichten Händen mit Olivenöl, Lavendelöl oder Senföl zu tun. Dies wird dazu beitragen, den Körperschmerzen in Entspannen.